Diskussionen mit Narzissten sind eher keine Freude. Es liegt vor allem an den in diesem Beitrag beschriebenen 5 fiesen Argumentationstaktiken, Techniken, die von Narzissten häufig eingesetzt werden. Deswegen gilt es sie als solche zu erkennen. Machen wir dem einen Strich durch die Rechnung. Hurra! Karsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Hochlebe der faire Austausch zu Positionen. Fallspielerei sollte nicht geduldet werden. Machen wir dich fit dafür. 5 fiese Argumentationstechniken von Narzissten. Erlebst du, dass du dich mit jemandem streitest, der narzisstische Tendenzen hat und unangemessene Taktiken anwendet, dann ist es hilfreich zu wissen, was du tun und was du sagen kannst, um effektiv darauf zu reagieren. Streitest du dich mit jemandem, der narzisstische Züge hat, ist es wahrscheinlich, dass du dich früher und selten später verletzt und verwirrt fühlst. Menschen mit ausgeprägten narzisstischen Tendenzen haben meist ein großes Verlangen, Auseinandersetzungen, um jeden Preis zu gewinnen, weil sie das für ihr konstruiertes Selbstbild benötigen. Um die Oberhand zu gewinnen, überschreiten solche Menschen auch sonst geltende Grenzen. Es kann eine Herausforderung sein, mit solchen Zeitgenossen zu kommunizieren. Dieser Beitrag befasst sich mit einigen Argumentationstaktiken, die Narzissten häufig einsetzen, weshalb diese das tun und vor allem, wie du dich schützen kannst. Erstens. Keine große Sache, klein machen, verniedlichen, nicht ernst nehmen. Menschen mit narzisstischen Tendenzen haben eine eingeschränkte Selbstwahrnehmung, eine verminderte Fähigkeit oder Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen, was erklären könnte, warum sie ihr Verhalten nicht in demselben Licht sehen wie wir. Wenn du einen Narzisst mit etwas Verletzendem konfrontierst, dann kann es sein, dass er den Vorfall herunterspielt oder die Ereignisse verharmlost. Beispiel. Etwas klein machen, verniedlichen, nicht ernst nehmen. Und das könnte dann so klingen. Entspann dich doch. Das ist keine große Sache. Das habe ich schon immer getan und das hat dich auch bisher nicht interessiert. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich über eine Kleinigkeit so aufregen würdest. Es kann auch so klingen, als würde eine sanftere Sprache verwendet werden, um ein Verhalten weniger verletzend erscheinen zu lassen. Zum Beispiel kann aus Lügen eine persönliche Deutung werden. Euphemismen machen es nicht besser. Sie klingen jedoch harmloser. Deshalb kommen sie so oft zum Einsatz. Zweitens Gaslighting. Narzissen neigen nicht so sehr dazu, sich mit ihren eigenen Schuldgefühlen zu beschäftigen wie andere Menschen. Was es ihnen schwer machen kann, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Oder ehrlicher formuliert. Es macht es ihnen leichter, darauf zu verzichten und enthemmter ans Werk zu gehen. Infolgedessen leugnen sie möglicherweise herunter raus, dass sie etwas Verletzendes gesagt oder getan haben. Eine Strategie, die als Gaslighting bezeichnet wird. Narzissen tun das selbst dann, wenn du Beweise vorlegst. Das kann dann dazu führen, dass du in deinem eigenen Sinn für Realität zweifelst. Beispiele für Gaslighting. Das kann so klingen wie Das habe ich nie gesagt. Das ist nie passiert. Oder Deine Beweise beweisen gar nichts. Gaslighting ist nicht immer offen oder unverhohlen. Es kann auch die Form von Ablenkungsmanövern annehmen, die die andere Person verwirren und es sehr schwierig machen, das eigentliche Thema anzusprechen. Es ist einfach ein riesen Knäuel. Drittens. Die Schuld auf andere schieben. Deine Argumente sind für Narzissen unbequem. Naja, du hast es nicht anders geholt. Dann wird halt die Opferkarte wie ein Joker ausgespielt. Kann man das so rechnen. Menschen mit narzisstischen Zügen setzen oft die Opferkarte ein, weshalb sie die Schuld auf dich, eine andere Person oder einen anderen externen Faktor schieben, auf den du vielleicht nicht mal andersweise gekommen wirst. Beispiele dafür, die Schuld auf andere zu schieben. Schuldzuweisungen und Abwehrhaltungen könnten sich so anhören. Es ist nicht meine Schuld. Es liegt an dir, am Geld, am Stress, am Wetter, an der Arbeit. Wenn du das nicht getan hättest, dann hätte ich das nicht getan. Du wusstest doch, worauf du dich einlässt. So bin ich nun mal. Wenn du nicht erkennen kannst, was passiert, wenn jemand die Opferkarte ausspielt, dann fühlst du dich vielleicht schlecht, vielleicht entschuldigst du dich für eine vermeintliche Erkränkung. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast. Viertens. Ablenkung. Wer braucht schon Diskussionen, Zahlen, Daten, Fakten? Was für ein Ballast. Wenn jemand mit narzisstischen Zügen, mit unbestreitbaren Beweisen konfrontiert wird, wie beispielsweise Fotos oder E-Mails, dann kann es sein, dass er die Aufmerksamkeit wieder auf dich lenkt, um von sich abzulenken. Beispiele für Ablenkung. Ablenkung kann Folgendes beinhalten. Indirekte oder nicht antworten. Das Einbringen von Details, die auch nicht andeutungsweise etwas mit dem Thema zu tun haben. Frühere Streitigkeiten. Das Aufgreifen alter Themen, insbesondere früherer, angeblicher, vermeintlicher Beleidigungen. Schuldzuweisung. Nach allem, was ich für dich getan habe, zahlst du es mir auf diese Weise zurück. Projektion. Indem sie dir genau das vorwerfen, was sie tun. Fünftens. Du wirst lächerlich gemacht. Narzisstische Zeitgenossen finden es möglicherweise schwierig, gleichzeitig positive und negative Gefühle für jemanden zu hegen. Das Phänomen wird als Objektkonstanz bezeichnet. Ein selten verwendetes Wort mit Konsequenzen für Beziehung. Infolgedessen können die Dinge in einem Streit ziemlich hitzig werden. Es kann zu Beleidigungen, Herabsetzungen und zu spöttischem Verhalten kommen, wie beispielsweise im Fall, wenn du deinen Schmerz ausdrückst. Beispiele dafür, andere oder ein Thema lächerlich zu machen. Einige Beispiele sind, das ist dumm. Du bist verrückt. Mit dir stimmt etwas nicht. Tipps für die Reaktionen auf einen Streit mit Narzissten. Wenn du in einen Streit verwickelt bist, gibt es Möglichkeiten, dich zu behaupten, gut zu wissen. Es kann helfen, sich der Person außerhalb eines Streits zu nähern. Oder zumindest dann, wenn du dich nicht mehr emotional so erregt fühlst. Weshalb? Weil du dann klarer denken kannst. Weil es dir leichter fällt, die folgenden Strategien anzuwenden. Erstens. Auf die Fakten konzentrieren. Weil Narzissten nur eine begrenzte Fähigkeit bzw. Bereitschaft für Empathie besitzen, sind sie oft nicht in der Lage oder Willens wirklich zu verstehen, wie du dich fühlst. Konzentriere dich auf die Fakten, die objektiven Wahrheiten und nicht auf die subjektive Wahrheit. Lass dir nichts unterjubeln. Beispiele. Das klingt dann beispielsweise so wie, du sagst, in meiner E-Mail habe ich als Abgabetermin 18 Uhr angegeben. Oder in einer Sitzung haben wir uns darauf geeinigt, dass wir am 1. Oktober beginnen. Konzentrier dich auf Ich-Botschaften. Wenn du deine Aussagen in Form von Ich-Aussagen formulierst, kannst du die Person besser erreichen, so sie es zulässt. Du kannst zum Beispiel sagen, ich fühle mich ungesehen, so als wenn meine Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, anstatt zu sagen, du bist egoistisch. Drittens, bleib ruhig und vor allem bleib bei dir. Aus gutem Grund widmen sich gleich einige Beiträge dem Thema Grey Rocking. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Grey Rocking, dass du so langweilig erscheinst, dass narzisstische Personen kein Interesse daran haben, eine Reaktion von dir zu verlangen, weil du ihnen einfach nichts zu geben hast, da ist nichts zu holen. Also ziehen sie weiter. Bewahre dabei nach Möglichkeit ein neutrales Gesicht, eine friedliche Haltung und zeige begrenzte emotionale Reaktionen, vor allem wenn du wütend bist. Du kannst auch folgendes tun, du kannst Atmetechniken lernen, du kannst tief durchatmen, du kannst zwischen den Sätzen innehalten, du kannst dich für ein paar Minuten entschuldigen, um Luft zu schnappen. Viertens, bleibe konzentriert. Lass dich nach Möglichkeit nicht durch Manipulationstaktiken aus dem Konzept bringen. Arbeite an deiner Mitte, an deinem Gleichgewicht. Konzentrier dich auf das Thema und vor allem auf deine Ziele. Und mitunter hilft es sich, Notizen zu machen. Narzissen werden vermutlich einiges unternehmen, um dich durcheinander und abzubringen. Fünftens, setze Grenzen. Um dich zu behaupten, setze gesunde Grenzen und halte direkten Blickkontakt. Beispiele dafür, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen. Das kann so klingen wie, sie haben gerade behauptet, dass ich verrückt bin. Das ist eine Grenze. Das geht mir zu weit. Wenn sie mich weiterhin anschreien, dann ist das Gespräch beendet. Ich nehme eine 15-minütige Pause, dann können wir die Diskussion respektvoll fortsetzen. Sechstens, reduziere deine Erwartungen. Eine gemeinsame Basis ist vermutlich kein wirklich realistisches, erreichbares Ziel. Versuche stattdessen, für dich selbst da zu sein. Also kümmere dich um dich selbst und mach dir klare Gedanken, was dir wichtig ist. Halt dich raus aus dem, was die andere Seite will. Das ist ihre Sache. Auch wenn du viel Einfühlungsvermögen besitzt, solltest du nicht mehr versuchen, das Verhalten des Narzissten zu verstehen. Zumindest nicht mit deinen Ressourcen, die du gerade für andere Dinge brauchst. Konzentriere dich stattdessen auf deine eigene Heilungsarbeit und Stärke. Dich nach einem Streit mit selbst versorge. Siebtens, ziehe ein Zeitlimit in Betracht. Wenn der Streit ins Leere läuft und wenn du dich schlecht fühlst, dann sieh zu, dass du das Gespräch möglichst friedlich hinter dich bringst. Du könntest zum Beispiel sagen, ich habe einen Termin um 18 Uhr und ich gehe in 10 Minuten los. 8. Wissen, wann es reicht und dann bitte handeln. Wenn du dich in Gefahr befindest und das bemerkst, dann gehe so schnell wie möglich. Eine Beziehung mit einer Person, die toxische, narzisstische Züge hat, kann missbräuchlich und sogar akut gefährlich werden. Wenn jemand anfängt, dich in irgendeiner Weise zu bedrohen, dann solltest du den Streit so schnell wie möglich beenden. Es liegt kein Segen drauf. An einigen Orten, wie in Kraftfahrzeugen, ob Auto oder Motorrad, ist ganz besondere Vorsicht geboten. Weshalb? Narzissen neigen zur impulsiven Handlung. Die sind unreif. Beispiele Typische Drohungen können sein, ich werde die Polizei auf dich herzen. Ich werde rechtliche Schritte gegen dich einleiten. Beschwerden bei der Personalabteilung oder bei Vorgesetzten einreichen. Körperliche Drohungen gegen dich, deine Angehörige oder sogar deine Haustieren. Was auch immer diese Leute gegen dich in der Hand haben, es kann zum Einsatz kommen. Also sei vorsichtig. Schütz dich. Fazit. Narzissmus ist ein komplexes Verhaltensmuster, das wenig Freude macht. Es war egal, ob nun Diagnose oder Tendenzen. Es kann sich auf die gegenseitige Kommunikation auswirken. Und da du vielleicht verstehen willst, was es zu lernen und ändern gibt, während die toxische Person versucht, ihre Interessen durchzusetzen und vor allem zu gewinnen. Und da gibt es nicht wirklich etwas zu gewinnen. Es gibt nur Schaden. Deshalb hilft es, konzentriert zu bleiben, gesunde Grenzen zu setzen und zu wissen, wann es besser ist, sich zurückzuziehen. Bring dich in Sicherheit. Lebe dein Leben. Vielleicht ist es auch hilfreich, mehr über das Thema Narzissmus zu erfahren. Auch von mir findest du dazu zahlreiche Beiträge. Wichtig ist, dass du die Zusammenhänge verstehst und gute Entscheidungen treffen kannst. Dann hineinsgestalten in dein eigenes Leben. Mögen dir solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was Narzissen vor sich geht, was zu erwarten ist und was zu tun ist. Und das ist vor allem, was realistisch ist. Und der meistbeste Tipp ist nun mal, entscheide dich, so weit wie möglich Abstand zu nehmen. Auf Kontakt mit Narzissen liegt einfach kein Segen. Solche Leute machen sich und die Menschen in dem Umfeld unglücklich. Hast du Erfahrung mit solchen Personen, Fragen oder respektvollen Kommentare, dann tausch dich aus. Unterstützen wir uns. Machen wir uns Mut. Carsten Nowak, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.